Gott ist gerade angekommen und möchte uns zu uns sprechen. Danke sehr. So, danke, Ypsik. Meine Damen und Herren, zuerst möchte ich Ihnen um Ihr Verständnis für mein sehr harmes Deutsch bitten und möchte gleich dazu sagen, wie stolz ich bin, heute bei Ihnen sein zu dürfen und Ihnen den Gruß von Lamanif Portus aus der Grand Nation zu bringen. Wahrscheinlich kennen Sie uns für unsere riesen, millionenreiche Demonstrationen letztes Jahr in Frankreich. Unsere Bewegung ist aus der Opposition zu einem Gesetzentwurf zugunsten der schwulen EU entstanden, da dieses bei uns gleich mit der gesetzlichen Genehmigung der Volladoption von Kindern gebunden ist. Also, Lamanif Portus kommt nicht gegen die Homosexualität. Wir bemühen uns nur um einen, das Recht der Kinder. Recht auf einen Vater und eine Mutter. So wie das Recht auf eine menschlich aufbauende Erziehung. Tatsächlich müssen wir in Frankreich die gleichen Probleme wie sie in Deutschland wegen dem sogenannten Gender-Minist-Training in der Schule bekämpfen. Was bei Ihnen als Sexualkunde für Unterricht ist, wird bei uns unter anderem Namen benannt, jedoch mit gleichem Inhalt zum Durchsetzen probiert. Umschreiben von Lehrprogrammen auf Basis der Grandeur-Ideologie, samt entsprechenden jungen Büchern, Kinderfilme mit Beforderung der Homosexualität, für Kinder von 4 bis 10 Jahren, Klassenbesuche von LSBT-Verbanden, sogenannte didaktische Ausbildung der Lehrern, bis zur gesetzlichen Bestrafung für ihren Opponenten. Sie stellen also bei diesem Punkt fest, dass wir in Frankreich tatsächlich mit der gleichen Lage wie sie in Deutschland zu tun haben. Genauso wie die Polaris haben. Beziehungsweise die Italiener, die Spanier, die Österreicher. So, worauf ist das Ganze zurückzuführen? Wir alle haben mit einem internationalen, gut koordinierten Angriff des LSBT-Lobbys zu tun, welches die internationalen Organisationen langsam mit seiner zerstörenden Ideologie kolonisiert hat. Hiermit möchte ich betonen, dass dieses Lobby eine winzige Mieterei darstellt, jedoch über einen großen Einfluss verfügt. Einen viel zu größeren Einfluss für dessen Bedeutung in der Wirklichkeit. Machen Sie eine kleine Pause, solange die wunderbaren Glocken läuten, damit sonst verstehen Sie das alles gleich nicht. So, wir warten auf die Ende der Glocken und dann gebe ich Ihnen ein wunderbares Beispiel. Das ist sicher eine Eiratung, oder? Die Wahlkandidaten dargestellt hat. Diese ist bei uns in Frankreich von Lamanich-Poutouz initiiert worden, aber gleich in Deutschland bei Demo-Fural, und damit möchte ich bei denen bedanken, sowie auch in Polen bei unserem lokalen Vertragspartner, Punktgenau gleich geführt worden. Diese erfolgreiche Aktion soll nun dazu führen, dass eine eigene familienfreundlichere Intergruppe im EU-Parlament bald gegründet sein sollte, welche die Interesse der Vater-Mutter-Kinder-Familie schützen bzw. befördern wird. Diese Europe-for-Familie-Aktion ist nur ein Beispiel der vielfältigen Vorteile eines einheitlichen und gemeinsamen Vorgehens. Überall in der Welt richten sich Leute gegen diesen Gendermen-Streaming aus. In der ganzen Welt. Also ganz im Gegenteil davon, was man uns glauben lassen möchte. Uns allen in Frankreich, in Polen, in Deutschland, gehört es also, gemeinsam dem Bewusstsein dieser anderen Völker anzusprechen bzw. deren Handeln mit unserem eigenen zu koordinieren. Nun ist es Zeit. Beim ganzen Herzen bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Begrüßung und möchte ich Ihnen unser französisches Motto erinnern. Und ne lasche rien, sprich auf gutes Deutsch, man gibt nichts nach. Danke, Edwitt. Vielen, vielen Dank. Und ne lasche rien. Das rufen die Franzosen mindestens einmal im Monat, glaube ich. Oder vielleicht sogar einmal am Tag. Also es ist sehr beeindruckend. Ja, ich darf Ihnen... Vielen, vielen Dank.